Die Welt von morgen wird schon heute gestaltet. Durch die Digitalisierung, die alle Strukturen und Lebensbereiche durchdringt. Deshalb setzen wir, die Bank für Sozialwirtschaft, konsequent auf die Digitalisierung unserer Prozesse, um unseren Kunden auch in Zukunft einen optimalen Service zu bieten. Unser unabhängiges Finanzportal Sozialfinanz.de wird zukünftig eine zentrale Plattform für den Austausch zwischen der Sozialwirtschaft und Finanzdienstleistern sein. Sozialfinanz.de wird dazu dienen, Informationen zu vermitteln und Dokumente, die für Finanzierungsentscheidungen notwendig sind, an potenzielle Finanzierungspartner weiterzugeben. Mehrwert für unsere Kunden, das ist unser Leitmotiv für unser künftiges Bankingportal. Das Herzstück ist die benutzerfreundliche Oberfläche, die unseren Kunden individuelle Ansichten und Services bereitstellt. Durch die Einführung der Videolegitimation im Videochat, zum Beispiel bei einer Kontoeröffnung, wird der Zugang zu unseren Dienstleistungen einfach und effizient. Unsere offene Anwendungsarchitektur ermöglicht Kunden in individuellen Applikationen, auf alle relevanten Informationen zuzugreifen. Die Zukunft klopft an die Portaltür. Der Aufbau des Bankingportals hat bereits begonnen. Unsere Vision, ein Open Bankingportal als digitaler Marktplatz für die Sozialwirtschaft. Authentizität, Vertrauen, Nachhaltigkeit und gegenseitige Verbundenheit. So verstehen wir Digitalisierung für die Sozialwirtschaft.